Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Ich lade dich ein, zu lauschen eine Lesung und Übertragung Matthew Ward am 3. Juli, empfangen von Susan Ward, der Tochter von Matthew Ward. Herzlich Willkommen, alle Quellenangaben findest du unter dem Video und am Ende der Lesung. Schön, dass du da bist. Matthew Ward am 3. Juli 2023. Die Themen sind Mitglied der IT-Spezialkräfte, Beseitigung des durch die Finsternis verursachten Übels, IT-Hilfe, Planetare und persönliche Weiterentwicklungen, Vollendung der Zeitlinie, IT-Spezialkräfte, Reptilianer und Lichtarbeiter. Mit liebevollen Grüßen von allen Seelen an diesem Ort in Klammern Station. Hier ist Messio. Es ist uns ein Privileg und eine große Freude, wieder einmal Arnold willkommen zu heißen, jene Seele, die, ihr wissen, schon einmal in zwei früheren Botschaften mit uns geteilt hat. Arnold, danke Messio. Seit fast einem Jahrhundert hilft mein Volk Gaia und ihren Bewohnern dadurch, dass es Licht zur Erde sendet. Andere Zivilisationen, einschließlich derer, die in Städten der inneren Erde leben, haben das ebenfalls getan und viele Millionen Freiwilliger haben sich auf eurem Planeten inkarniert, um ihr Licht beizusteuern. Diese Gaben des Lichts, derselben Energie wie die Liebe, ermöglichten es der Erde, sich aus den Tiefen der dritten Dichte zu erheben und sich auf einen stetigen Aufstiegspfad zu begeben. Ihre Bevölkerung sah zwar den wachsenden Aufruhr, hatte aber keine Vorstellung davon, dass da eine massive Infusion von Licht, die lange verborgene Finsternis entlarvte und ein Kampf zwischen den lichtvollen und den finsteren Kräften im Gange war. Um die Bevölkerung aufzuklären, übermittelten deshalb Boden von außerhalb des Planeten telepathisch Informationen an ihre jeweiligen Empfänger, die den Auftrag annahmen, sie zu verbreiten. Menschen, die für das Licht und die Informationen empfänglich waren, begannen zu erwachen. Und deren große Zahl nimmt jetzt von Tag zu Tag weiter zu und die Erde umkreist die vierte Dichte auf ihrem Weg zur fünften Dichte. Mit einer Geschwindigkeit, die in diesem Universum ohne Beispiel ist. Wenn diese uralte Plage der Finsternis ihren Energiekurs beendet, und das geschieht rasch, muss auch das Übel, das sie verursacht hat und das sie hinterlassen wird, beseitigt werden, damit der Planet und alle dessen Bewohner von kulturellen, rassischen und religiösen Vorurteilen, von wirtschaftlicher Polarisierung, von politischer und unternehmerischer Korruption, von Tierquälerei sowie Unwissenheit über Wahrheiten und Informationskontrolle, über zerstörte Städte, Obdachlosigkeit und Verarmung sowie verseuchten Böden, Luft und Wasser, geheilt werden können. Und in der Tat, jeder dieser Zustände wird behoben werden. Einige unter euch denken vielleicht, dass es ein Jahrhundert oder länger dauern könnte, bis diese zerstörte Umwelt wieder gesund ist und die Menschen auf der gesamten Welt friedlich, kooperativ und wohlhabend im Reichtum, ihrer Vielfalt und in Harmonie mit der Natur leben können. Ihr Lieben, bitte denkt stattdessen daran, dass das Licht sich weiter intensivieren und die Schwingungen anheben wird und dass Seelen, die spirituell und bewusst fortgeschritten sind, in großer Zahl inkarnieren werden. Mein Volk schätzt vorsichtigerweise, dass Versöhnung, Reinigung und Wiederaufbau in weniger als zwei Generationen, also in 35 bis 40 Jahren, eurer Jahre abgeschlossen sein werden. Und viele Aspekte werden noch viel früher erreicht werden. In einigen Bereichen wurden bereits erhebliche Anstrengungen unternommen. Andere befinden sich zurzeit in der Planungsphase und während dieser Jahre werden wir und andere Mitglieder der universellen Familie an eurer Seite stehen. Einige werden ihre Technologien einführen und euch dabei helfen, eure eigene Technologie zu realisieren, die bisher von den Dunkelmächten vor dem nützlichen Gebrauch unterdrückt und stattdessen selbst missbraucht worden ist. Ihr werdet freie Energie nutzbar machen, radioaktive Abfälle dematerialisieren, die Ozeane und Flüsse von Verschmutzungen und Müll befreien, eure Böden von Giftstoffen reinigen, von Kriegen heimgesuchte Gebiete wieder aufbauen, Wüsten in Ackerland verwandeln und die Wirtschafts-, Rechts- und Regierungssysteme das Gesundheitswesen, die Landwirtschaft, das Bildungswesen, das Bauwesen, die Kommunikation und den Verkehr revolutionieren. Während sich die Zellstruktur der Körper in eine kristalline Struktur umwandelt, werden auch die zehn schlummernden DNA-Stränge der Erdzivilisation eine nach dem anderen reaktiviert. Bis alle wieder funktionieren. Die Menschen werden begreifen, dass sie eigentlich multidimensionale, ewige Seelen sind, die eine weitere Lebenszeit in einer physischen Welt erleben, dass auch Tiere und Pflanzen Seelen sind und dass jedes Leben mit allen anderen und mit dem höchsten Wesen dieses Universums verbunden ist. Die Beseitigung von Krankheiten wird zu einem längeren, gesünderen und glücklicheren Leben führen und der Zugang zu angeborenen Fähigkeiten wie telepathischer Kommunikation, Astralreisen und Manifestation durch konzentrierte Gedanken wird das Leben unermesslich bereichern. Die Desinformation, die eure Welt durchzieht, wird dann schon lange durch Wahrheiten ersetzt worden sein und alle Informationen in den Medien und Lehrbüchern werden dann korrekt sein. Die Angst, die heute so weit verbreitet ist, wird schon lange durch Zufriedenheit, Neugierde, Aufregung und Abenteuerlust ersetzt worden sein. Ihr werdet euch an Dingen erfreuen können, die euch heute wie Science Fiction vorkommen, zum Beispiel an Reisen in eine andere Welt oder an der Begrüßung der universellen Familie, die aus anderen Zivilisationen zu euch kommt. Die Bevölkerung wird sich nicht mehr massenhaft weiterentwickeln, sondern individuell in Übereinstimmung mit den Überzeugungen der Menschen über ihre weitreichenden Kräfte und schließlich wird jeder diesen fortgeschrittenen Seinszustand erreichen. Dann wird die Bestimmung der Erde, ihr goldenes Zeitalter, in der Fülle des Einheitsbewusstseins aufblühen, in der Tat, der Himmel auf Erden. Liebe Herzen, viele unter euch haben sich in ihrem Seelenvertrag dafür entschieden, die Erde zu verlassen, bevor dieses Zeitalter in seiner ganzen Pracht erblüht ist. Ihr werdet in anderen herrlichen Welten leben, in denen Liebe, Frieden und Leben in Harmonie mit der Natur ebenfalls Eckpfeiler sind. Da könnt ihr das Panorama der Erde im Kontinuum betrachten, wo alle ihre Bewohner freudig in der Fülle und unberührten Schönheit des Planeten gedeihen. Für euren hingebungsvollen Dienst, der die Menschen inspiriert, immer weiter voranzuschreiten, um dieses Zeitalter zu manifestieren, werdet ihr von allen erleuchteten Wesen geehrt und genießt deren Dankbarkeit. Was auch immer irgendwo geschieht, wirkt sich auf alles andere überall aus und so wird die Transformation des Lebens auf der Erde allen anderen Welten in diesem Universum zugutekommen. Susi, hab Dank dafür, dass du meine Botschaft in Empfang genommen hast. Messio, danke dafür, dass du mich hast sprechen lassen. Messio, wir danken dir, Arnold. Unsere Leser werden deine Botschaft willkommen heißen. Wir möchten noch etwas hinzufügen, wenn du gestattest. In der Tat, bitte. Als die Erde in der dritten Dichte gefangen war, bat Gaia die universelle Familie um jene Hilfe, die sie benötigte, um sich aus diesen Tiefen, in denen die Finsternis sie festhielt, erheben zu können. Welten der dritten Dichte, die nicht um Hilfe baten oder die liebevoll angebotene Hilfe ablehnten, haben viele Tausende von Jahren gebraucht, um die vierte Dichte zu erreichen. In der sich die Erde zurzeit befindet, dem Status, den auch viele ihrer Völker im persönlichen Aufstieg erreichen. Dass dies in nur wenigen Jahrzehnten geschehen ist, zeigt die Einzigartigkeit der Geschwindigkeit dank des von anderen Zivilisationen ausgestrahlten Lichts und der Standhaftigkeit der Freiwilligen. Arnold, wir sind zutiefst dankbar für deine Unterstützung und die aller anderen Mitglieder der außerirdischen Spezialkräfte. Arnold, wie du und alle anderen Seelen auf deiner Station wissen, Matthew, ist die Hilfe von unseren Erdenfamilien ein Dienst der Liebe. Danke dafür, dass du das, was ich über die Geschwindigkeit gesagt habe, ergänzt hast. Dieser Vergleich war notwendig, damit das Aufstiegstempo der Erde und ihrer Bewohner richtig eingeschätzt werden kann. Und nun verabschiede ich mich von dir. In Klammern Arnolds frühere Übermittlungen geschahen im September 16. 2019 und 1. November 2022. Nach der ersten Botschaft sagte Matthew dies über ihn, seine Bescheidenheit täuscht über sein Seelenentwicklungsstadium und über die hohe Position hinweg, die er in seiner Zivilisation einnimmt, sowie über seine Bedeutung für eure Welt. Er ist einer der besonders begabten Spezialkräfte, über die wir gesprochen haben. Klammer zu. Viele unter euch wissen vielleicht nichts darüber oder erinnern sich nicht mehr daran, was diese Kräfte so besonders macht. Mutter, bitte füge ein, was wir vor einiger Zeit über sie gesagt haben. Die Zahl der Mitglieder dieser Spezialkräfte geht in die Tausende. Und sie sind überall auf der Welt stationiert, wo sie gebraucht werden. Abgesehen von dem großen Unterschied in der Größe dieser Gruppe und den anderen Freiwilligen und der gelegentlichen Neuankunft eines weiteren Mitglieds, unterscheiden sich die Seelen in den Spezieleinheiten auch in anderer Hinsicht. Alle kommen aus den am höchsten entwickelten Zivilisationen, wo sie verantwortungsvolle Positionen innehatten. Sie wissen, wer sie sind und keiner ist jeweils von seiner Mission abgewichen. Sie beinhalten ihre angeborenen Fähigkeiten der Manifestation, der Entmaterialisierung, der Teleportation, der Astralreise, der telepathischen Kommunikation, der rein geistigen Anwesenheit, die für Umstände umstehende unsichtbar sind und des Lesens der Gedanken anderer, ob in der Nähe oder in der Ferne. Diese außergewöhnlichen Fähigkeiten machen diese Freiwilligen bei den Menschen auf der Erde besonders wertvoll für Nachrichtendienste, für die Wissenschaft, für medizinische Labors, für die Informationsanalyse und für Militärs und Regierungen. Und einige sind Wunderkinder, was nicht überraschend ist, und andere sind das, was man Illusionisten nennt. Das mag eine frivole Aufgabe sein und zu klingen, aber sie ist zielgerichtet. Wenn Sie zum Beispiel durch eine Mauer gehen oder ein Auto aus dem Nichts erschaffen, zeigen Sie, dass dies möglich ist. Das Nachdenken über eine Möglichkeit geht der Entwicklung, genauer gesagt der Aktivierung der Fähigkeit voraus, sie zu erreichen und diese Unterhaltungskünstler regen ihr Publikum dazu an, darüber nachzudenken, wie solche Leistungen vollbracht werden können. Man könnte sagen, sie sind die Wegbereiter für die Völker der Erde, die ihre eigenen angeborenen Fähigkeiten entdecken. Wir sollten hinzufügen, dass es Mitglieder der Spezialeinheiten waren, die die Toxizität in den Impfstoffen reduzierten und die Programmierung in den Chips löschten sowie die Detonation von Nuklearsprengköpfen in Raketen verhinderten und Fehlfunktionen anderer Waffen verursachen. Von besonderer Bedeutung für uns ist, dass sie unsere Informationsquellen über das sind, was auf dem Planeten geschieht, in Klammern 3. März 2022. Danke, Mutter. Ihr könnt erkennen, warum wir Arnold und allen anderen in den Spezialkräften zutiefst dankbar sind. Als ein wichtiger Teil der Lichtkräfte ist ihre vielseitige Mission anders als die der Weißen Hüte, die die Erde von der Finsternis befreien wollen, steht aber in Verbindung mit ihnen. Um euch von einer der Missionen zu erzählen, sagen wir auch, dass einige Mitglieder der Kräfte zu den vielen Reptilien gehören, die aber ebenfalls Lichtwesen sind. Mutter, bitte kopiere hier auch einen wichtigen Teil deines Gesprächs mit Horace, einem mir bekannten reptilischen Flottenkommandanten. Manchen in eurer Bevölkerung ist bisher bekannt, dass es bei sich bei einigen Mitgliedern meiner Zivilisation um furchterregende Kreaturen handelt, die seit ewigen Zeiten auf eurer Welt allerlei Unheil anrichten. Es ist möglich, dass wir unter allen, die sich ihrer Finsternis widersetzen, die vehementesten sind, weil ihre Handlungen auf uns als gesamte Zivilisation zurückfallen. Diese Mitglieder sind nicht in der Mehrheit und sind nicht repräsentativ für den Rest von uns. 24. Juni 2009 Nochmals Danke, Mutter! Zu den Reptilianern, von denen Horace sprach, gehören ältere Generationen der europäischen Königsfamilien, andere bilden an der Spitze der Illuminaten und eine Gruppe, die man mit Recht als das inkarnierte Böse bezeichnen kann. Indem sie die niedrigsten Schwingungen ausstrahlt, trägt diese Gruppe Schadenfutter zubei, die Bedingungen der dritten Dichte auf der Erde aufrechtzuerhalten, obwohl ihr Hauptinteresse ihr eigenes Überleben ist. Und im Gegensatz zu den Marionetten der finsteren Mächte, die alle Arten von Chaos und Gewalt, Korruption Krankheit, Desinformation und toxischer Verschmutzung verursachen. Eine der Missionen der Spezialkräfte ist die Ausrottung dieser Gruppe von Reptilianern. Eine Aufgabe, die eure militärischen Kräfte nicht bewältigen können. Die Befreiung der Erde von der Finsternis schreitet weltweit voran. Und in Beantwortung zahlreicher Fragen zu den militärischen Bewegungen in den Vereinigten Staaten sei gesagt, dass die Truppen die Ordnung aufrechterhalten und für die Sicherheit der Bürger sorgen werden. Während die Säuberungsaktionen in diesem Lande zunehmen. Die positiven Folgen werden weitreichend und vielseitig sein. Geliebte Brüder und Schwestern, wir und andere Boten des Lichts haben euch gesagt, dass unter den Milliarden Seelen, die sich freiwillig gemeldet haben, um unsere Erdenfamilie aufzuwecken, damit sie sehen können, dass sie die Macht haben, ihre Welt friedlich, gesund und wohlhabend für alle zu machen, ihr auserwählt wurdet, weil ihr die Stärksten seid. und dies bereits in anderen 3D-Welten erfolgreich erreicht habt. Falls ihr das Gefühl habt, dass ihr dieses Mal zurückfallt, weil sogar Familie und liebe Freunde wenig Interesse zeigen, hinzuhören bei dem, was ihr wisst und weil manch dramatische Veränderungen noch nicht so offen erkennbar sind, versichern wir euch dennoch, dass ihr nicht zurückgefallen werdet und zurückgefallen seid. Das Licht, das ihr einfach durch euer Sein ausstrahlt, hat Millionen und Abermillionen dazu motiviert, auf einer höheren Bewusstseinsebene zu denken, Dinge zu hinterfragen, vernünftig zu argumentieren und zu handeln. Ihr Lieben, ihr seid ein großer Erfolg. Alle Lichtwesen in diesem Universum ehren euch und unterstützen euch mit der unvergleichlichen Kraft der bedingungslosen Liebe. Liebe und Frieden Susan Ward Webseite The Matthew Books E-Mail Susan at Matthew Books dot com Übersetzung Martin Gadot Herzlichen Dank, dass du weiterhin mit dir, mit mir, mit uns dein Licht ausstrahlst für diese Welt. Ich danke dir. Deine Daniel Ich danke dir. Ich danke dir.